Hmm, bisschen heiß hier. Wie gut, dass ich bestens ausgerüstet bin mit dieser wunderbaren, lang anhaltenden Sonnencreme. Und wie es sich für einen Allmann gehört, Ray-Ban Hawaii-Hand. Willkommen zu Let's Show The Tourist. Ein Spiel der deutschen Entwickler Shin'n Entertainment, die euch vielleicht was sagen, haben nämlich schon eine Reihe von Spielen rausgebracht und einige waren auch ziemlich erfolgreich, wie Art of Balance oder noch viel mehr Fast Racing Neo und Fast Racing RMX, was für Wii U und Nintendo Switch erschienen ist. Und ein geistiger Nachfolger zu F-Zero war Fast Racing Neo, habe ich sogar Let's Played. Also könnt ihr gerne mal in den Playlists vorbeischauen. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber erstmal das Spiel. Sieht echt mega hübsch aus. Und das bin ich, der Allmann. Geile Sonnenbrille, danke. Wir gönnen uns jetzt erstmal ein bisschen Ruhe und genießen die Sonne. Ich habe ja schließlich nicht umsonst die Sonnencreme aufgetragen. Marke wird ausgeblendet, weil die sponsern mich nämlich nicht. Unverschimmtheit. Gibt eh bessere. So, jetzt ist aber genug gesonnen, sonst kriegen wir noch einen Sonnenbrand. Hallo, zehn Minuten in der Sonne. Bestimmt schon direkt rot. Passiert mir übrigens auch. Ein Allmann würde sich natürlich niemals so weit raustrauen. Ja, der würde nur da bei dem hellblauen bleiben. Also eigentlich nur ein, zwei Meter ins Wasser gehen, weiter nicht. Äh, ist ja auch mal Schluss. What the fuck? Das war nicht mal ein Hai. Was war das? War das ein Wal? Jawohl. Siehs. Geil. Gefressen. Nee, wir können Fernsehen schauen. Shit, da läuft nur RTL 2. Mann, ich muss auf die Palme rauf. Das bringt mich auf die Palme. Schreibt mir mal gerne in den Chat, kann ich die Münze jetzt schon bekommen? Bin nur zu doof oder? Okay, Frage schon beantwortet. Ich bin doof. Ich bin doof. Wie Brot. Oh, Ibiza. Angelehnt an die spanische Insel. Und wo ist mein Geld? Hier wird ordentlich getanzt und gefeiert. Oh Gott, müssen wir da jetzt mitmachen? Tanzen, tatsächlich. Okay, dann mach mal. Wir hören die sicken Peats und versuchen, das Publikum zu animieren, mitzurappen. Was sagst du eigentlich von dieser, ähm... Siehst du das? Oh mein Gott, ja. So, jetzt geh ich erst mal scheißen. Muss grad scheißen. Du möchtest ein paar Statistiken? Wir helfen gerne. Partymeter, das muss man auch noch irgendwie hier... Ah! Ja, 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 ja. Und so steigern wir das Partymeter. Aber das war noch nicht alles. Oder muss ich jetzt beim Tanzen übelst abgehen? Nee, das ist es nicht. Musikanlage noch ein bisschen aufdrehen. Da sind zwei Knöpfe. Kann ich die drücken? Ich kann das nehmen, ja. Hey, was soll ich damit machen? Werfen? Oder ich muss das vielleicht dem DJ geben. Jetzt kann ich es nicht mal mehr nehmen. Okay, noch zwei Sachen müssen wir finden. Oh shit, und ich glaube, ich hätte es einfach nur in die Seite hier reinstecken müssen. Kann das sein? Alter, wieso kann man das noch nicht mehr nehmen jetzt? Oder weißt du was? Wir gehen einfach woanders hin. Vielleicht resetet sich das. Wir wissen ja dann, was man machen muss. Also, Schalter. Verbinden. Was? Das war immer noch nicht alles. Also, auf der anderen Seite gibt es auch noch so einen Stecker. Aber wo ist denn der dazugehörige Lack? Oder habe ich auch was anderes vergessen? Nee, es gibt zwei. Aber es gibt auch nur ein Kabel. Hä? Kann auch gar nicht so weit weg sein eigentlich. Wo ist es? Wo denn ungefähr? Ja, genau. Es sieht einfach genauso aus wie die Steine. Das kann man eigentlich gar nicht sehen. Nein! 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 Doch. Der passt nur hier rein. Ah, doch. Okay. Ich dachte schon. Ich muss jetzt nochmal zurück, weil wir den falsch reingesteckt haben. Alles klar. Hm. Also. Also, das war auch nicht möglich. Aber ich dachte halt, dass der Sprung in etwa gleich weit ist. Was war das denn jetzt? Hey! Jetzt kriegt der Alman nicht hin hier. Will der mich verarschen? Spring doch, du Sack! Was ist los? Kann er das nicht mit dem Stein in der Hand? Geht er nicht anders? Ach so. Ja, der wirft den Stein ja auch so abnormal hoch. Der kann den einfach darüber hauen, oder? Ich schmeiße gleich die Zwitschleit. Was? Wie soll ich mich denn sonst noch hinstellen? Ich hab doch schon hier den krassesten Winkel, der geht. Mann! So, einen Jump noch. Einen Jump noch. Mach keinen Scheiß. Mach keinen... Nee, warte. Die Position gefällt mir nicht. Halt! Oh! Yes! Nein! Es geht noch weiter. Ich glaub, wir brauchen mindestens einen, um da raufzukommen. Ja, mich dieser eine Assi gerammt hat. Nein, jetzt ist es vorbei. Okay, das soll's gewesen sein mit The Tourist. Dann auch nochmal danke für den Support und für den schönen Stream. Und bis zum nächsten Stream. Schönes Wochenende. Ciao. Der Alman sagt Ciao. Ich schmeiße gleich die Zwitschleit.